Was ist das Interferon mit sehr starken Nebenwirkungen? Früher gab es das Interferon mit sehr starken Nebenwirkungen. So eine Therapie hat über 100.000 Franken gekostet. Nach einem Jahr waren vielleicht die Hälfte von den Leuten gesund, aber mit sehr starken Nebenwirkungen. Die Behandlung war deutlich schlimmer als die Krankheit. Seit drei Jahren gibt es dieses neue Medikament, das praktisch 95% von allen Patienten innerhalb von drei Monaten heilt mit praktisch keinen Nebenwirkungen. Es ist wirklich Zeit, dass jeder, der Hepatitis C hat, diese Behandlung kriegt und nicht wartet, sondern sofort jetzt versucht, das zu bekommen. Und wenn er es nicht bekommt, dann soll er sich bei uns melden, beim Schweizerischen Hepatitis Vereinigung. Die Webseite ist hepc.ch und wir helfen den Patienten, diese Therapie zu bekommen. Die Webseite ist hepc.ch und wir helfen den Patienten, das zu bekommen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.